Servus Busbastler, herzlich willkommen. Ein neues Video. Heute geht es um die Rücklichter, das MAN TGE oder Crafter 2 Abbaujahr 2017. Wie man sie ausbaut, ist ganz einfach. Wir zeigen euch hier wie. Heute bauen wir eine Rückleuchte aus. Da gibt es einiges zu beachten. Man schraube erst mal die Schrauben raus. Da haben wir eine Angel. So, liebe Freunde, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder die ist so geklipst oder die ist so geklipst. Wir wissen, dass die so geklipst ist. Probieren wir die überstudieren oder es steht tatsächlich in der Bedienungsanleitung. Aber jetzt muss man wirklich mit sehr Bedacht und Vorsicht versuchen, die Lampe rauszuziehen. Leichtes hin- und herwackeln, heftiges Ziehen. Dann kommt das schön in die Richtung. So, das ist lustig. Schließen Sie mal die Türe. Schon mal vorsichtig. Gut, reicht schon. Entfernen. Und da haben wir einen lustigen kleinen Stecker. Das Spannende an den Steckern ist, die haben eine Sicherung. Das ist das Rote. Alles, was rot ist, ist immer eine Sicherung. Es muss zuerst die Sicherung gezogen werden. Habt ihr ja gesehen. Rein raus. Und dann drückt man einfach die Nase ein und zack. Ich krieg die Nase ein. Ja, schön. Viel Spaß beim Nachmachen. Einbauen natürlich wieder in umgekehrter Reihenfolge. Und noch eins sei angemerkt, das lässt sich noch leichter ausbauen, wenn man die Türe ganz aufmacht. In diesem Sinne, viel Spaß beim Basteln. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da und abonniert diesen Kanal. Weitere Infos zum Thema und wie ihr diesen Kanal unterstützen könnt, findet ihr in der Videobeschreibung. Wir sehen und hören uns. Euer Manu von Schalldose on Tour.